Musik Schön hier draußen, ich bin gerade auf den ehemaligen Rieselfeldern, das ist eine ziemlich großflächige Gegend, da wurden die Abwässer damals aus Berlin gereinigt und das ist jetzt aber schon ziemlich lange her, jetzt ist das hier alles wild überwuchert und bewachsen und dachte ich mir, hm, kannst ja die Gegend ein bisschen erkunden. Direkt vor mir, bzw. hinter euch in die Richtung sind gerade recht hübsche Blütenstände, aber das ist leider auf dem Gelände, wo ich nicht offiziell rauf darf, verflixt aber auch. Wenn ich daran denke, blende ich euch mal in der Mitte ungefähr ein, wie das hier aussieht auf dem Gebiet, wo man lang kommt bisher und wo nicht, weil das wo nicht ist relativ groß. versch nervös Es ist egal wie auch auf dem Weg Vielen Dank.